Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT mit der ganzen Gruppe. Und ich kann mich nicht bewegen, Leute. Ich steh hier auch auf dem Schlauch. Ja, du hast auch grad nicht so einen niedrigen... Ne, warte mal. Nö. Du stehst auf dem Schlauch. Magst du den sehr? Oh ja. Oh ja. So, wir sind heute wieder in dem Police Department, Junge. Also ich kann ja alles zerstören. Es müsste mich vielleicht nur jemand mal erschießen oder so. Ja, wenn du wüsstest, wo du bist. Ich bin in irgend so einem Büro. Frag mich nicht, wo das ist. Ach so, in irgendein Büro. Naja, okay, dann... Legst du wieder die Sekretärin flach? Oder was machst du? Was mach ich? Ich sagte, legst du meine Sekretärin grad wieder flach? Nee, die ist zu haarig. Hallo. Warte aber erst mal in Team Basu. Hallo. Morgen Freemann oder was? Ja. Morgen Freemann! Morgen ist ihre... ihre Troller wie der Freeman. Äh, das war sehr nahe bei mir irgendwie. Also kann es sein, dass er dir sehr nahe gekommen ist. Flütsi! Äh, ich hab fertig mal... Okay, äh, der Flütsi... und der... Wenn du nicht mehr lebst, dann sag jetzt einfach nichts! Nichts! Ja, Mr. Sky, genau! Leute, Leute, äh, ich weiß nicht mehr, wo... wo... wo bin ich? Was ist los? Warum lebe ich? Wo... wo seid ihr? Wo? 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 Ich weiß nicht, wo ihr seid, Alter! Ich weiß nicht, wo ihr seid, Alter! Ja, wirklich... Oh, sorry, sorry! 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 Tschüss! Sorry, weißt du? Sorry! Gebt einfach einen Bogen rein, äh... Ja, ich wusste nicht, dass das der einzige am Leben war! Mann! Wie geil war das dann, Alter, und dann so... Schießt er... Schießt er seine Babygun daneben, und dann... Oh, sorry, sorry! Sorry! Und dann... plupp! Ja, wie geil war das dann, Alter! Ja, ist ja auch nicht auffällig, ey! Ah, wie geil war das dann, Alter! Mann, 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 du! Ja, Mr. Sky schon so ein Schlingel... Oh, der Acht, super! Ja, Mr. Sky auch nur mit dir, ey! Also ich bin immer sehr höflich, selbst wenn da ein Traitor kommt, sag ich immer... Oh, sorry! Sorry, sorry, sorry! Oh, scheiße, das war nicht... Ey, schon wieder Innocent! Das gibt's doch gar nicht! Ich frage mich auch, Mann, das nicht! Ja, du bist doch so ein kleiner Smoothie! Ähm, wer wirft denn die ganze Zeit? Hallo, äh... Hallo, Mann, ne... Ich glaube, irgendwie... Schlattergranate... Schlattergranate? Hä, was ist das denn für ein geiler Raum hier, ey! Ja, weiß ich auch nicht! Wo? Ne, Meg! Führst du nach oben, bist du mein Stadtkunde? Was bin ich? Mein Stadtkunde, fühl mich rum! Ja, also hier hinten haben wir so ein Burel und hier haben wir so ein Burel und hier haben wir so ein Burel und hier haben wir so ein Burel. Achso! Und hier ist das Secret Raum, da geht's zum Scheißen! Achso! Hier hinten ist ein richtig großer... Hier, hier, hier! Komm mal rein, hier! Wo? Boah! Ich weiß nicht wo, ich... Da... Ich weiß ja nicht... Hier, links, links und dann... Genau! Und dann hinten rein, hier! Ja, hier geh ich lieber raus, weil das ist der Traitor... Also das ist... Hier löst der Traitor die Falle aus, da! Ach ja! Ach egal, ich bleib trotzdem wieder drin, hier ist schön! Tschüss! Also ich find diesen Raum einfach mega cool, hier sind so viele Bildschirme, so viele Fernseher! Hallo! Welcher Raum? Na der, wo die ganzen Dinger drin rumfliegen! Achso! Oh mein Gott, ja! Alter, das ist... Der ist... Der ist richtig geil eigentlich! Da ist grad Stefan und Dings drin, Stefan und MrSky... Doch, Stefan und MrSky! Ja! Ich... Ja! Ich bin der Präsident! Ich geh lieber raus, Alter! Ich will da nicht drin sein! Doch! Ist doch lustig! Oder nicht? Ugly! Es ist fuck aus! So wie du! Und dein Meryl, du alter Paule! Hallo! Hallo! Na MrSky, schieß doch mal auf mich! Okay! Ich hab einen... Joran vibriert hier! Alles klar! Alter! Hier ist gerade einer gestorben, glaub ich! Oh Mann! Ich glaub ich weiß, was man hier... Oh nein! Ich bin auch an der ganz... An der ganz üblen Stelle hier, Alter! Hier, hier, hier... Ey, was ist das, Alter? Kann es sein, dass das... Police Department unglaublich groß ist, ey? Ja, klar! Ich find mich hier gar nicht zurecht! Ich weiß gar nicht, wo ich bin und war! Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich bin, Alter! Ich kann ja auch... Also hier gibt es auch bestimmt ein paar Secrets, oder was? Ich glaub nicht! Ey, ich... Es gibt doch eigentlich überall Secrets! Hier leuchtet was! Oh, ich bin im Sportraum! Ich mach Sport, Leute! Geil! Da bist du! Oh, oh Gott! Oh, ich muss einfach... Also, weil ich natürlich... Ich bin natürlich der... Der Schwerste... Äh, der Schwerste... Der Gangster... Deswegen muss ich hier... Der Lümmick ist es! Der Lümmick ist es! Der Cup ist das Geierschloss und Lümmick ist es! Ja! Hier! Ich will ein bisschen Sport machen hier! Oh, ja! Oh! Okay, reicht auch wieder! Stefan, lebst du noch? Stefan! Ich kann jetzt weitermachen, aber das höre ich lieber auf! Stefan! Haha! Ah, wo ist denn die kleine Ratte? Tür auf! Tür zu! Nee! Ist das wenn die Trader voll ausgelöst worden? Ah! Hm! Ich hab euch auch nicht mal zu gehört, wo ihr... Wo ihr wart! Lol! Hallo? Hä? Hä? Mach den halt nicht! Äh... Achso! Jo, du kannst reden! Ich weiß, dass du Trader bist! Ja! Ja! Ich schließe mich jetzt im Klo ein! Jawoll! Schön um die Ecke gekommen, ey! Ja! Ja! Ganz schön! Oh! Alter, was ist das hier für eine... Für eine Blood-Party gewesen? Ja, das war so... Tja, eine richtige Blood-House-Party ey! Der hat mich auf irgendwelchen Klo erschossen, ihr habt das gar nicht gemerkt! Nee! Äh, noch so, ja, fiel mich mal rum! Und ich dann so, ja, hier ist das Klo! Und auf einmal war Ruhe! Echt? Ah, das hab ich gar nicht mitgeschickt! Ja, eben! Wir haben das... Ich hab das auch nicht... Oh, genau, so ist das geil so... Stefan, äh, Stefan, Stefan, Stefan... Ja, ja, ja! Du stirbst immer, und wenn du tot bist, dann immer so... Ich dachte, du bist bei mir... Achso, ne... Schon wieder innocent, geilo! Ihr habt irgendwas... Ach, Mann, geil! Ist das geil, komm! Ach, Mann, geil! Ach, Mann, geil! Mach mal ne Jump-Party! Ach, Mann, geil! Und... Jetzt habt ihr irgendwas wieder an der Konsole eingestellt, ey! Und... Was macht ihr denn? Wir haben grad geile Action! Achso! Hallo, mach die Tür auf! Ich weiß nicht, welchen Knopf! Achso, eh! Hallo! Hi! Hi! Na? Schmocke! Jetzt ein bisschen Schmocke! Nö! Jetzt ein bisschen Schmocke-Grenade! Ah, lol! Hier sind von viele... Ich steh' euch alle ab! Tschüss! Au! Alter! Du hast doch gar kein Schmack bekommen! Natürlich! Ich hab nur noch 94! Oh! Nur noch! Ja! Ey, ich hab noch 99! Oh, cool! Na ja! Gib ich dir gleich ein Glaser ins Gesicht! Oh! Moin! Achso! Ja! Warte! 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 Lass... Woah! Wie geht wie das aussieht, Alter! Oh, geilo! Coolen Stuhl! Hast du grad... Hast du grad... Hast du grad so geweckt? So... Ja, so... Lecker, lecker! Mh... Mh... Nudeln! Mh... Äh... Alter, 37! 37! Sorry, das wollte ich nicht! 37! Immer mit seinem Sorry, Alter! Ich glaub ihm das immer nicht! Ja, dann schieß mich doch ab! Nein, nicht! Nicht! Alter, random! Äh... Ich... Nein! Ich nicht! Ich nicht! Ich nicht! Ich nicht! Nein! Du hast aber gesagt, wenn du dann schieß mich doch ab, dann mach ich dann auch! Oh... Ja, dann kannst du doch auch nur übrig sein! Der Zio ist jetzt tot! Okay! Was ist das Dreschte mit? At... 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 At das Moment, At... At... Tschüss! Alter, ich hör dann nur so... AAAAAA! Ungefär so. Wer ist denn noch daaaaa? Mr. I. Mr. I, lebst du noch? Ja, ne? Oh man, Leute, ich hab grad nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, ob Mr. Sky der einzige, der noch ist, der lebt, oder... Thomas? Thomas? Mr. Sky? Ja, jetzt tut er wieder so, als wenn er... Schützi, aber wenn ich nicht... Wo ist denn das, Weißbrot? Ja, wo ist das denn? Ja, wo ist das denn? Ja, wo hat er es denn? Ja, wie sieht das aus? Der kleine Onkel Klaus? Ach Mr. I, du musst noch viel dazulernen. Zum Beispiel... Oh, fuck! Kindererziehung... Ja, lecke mich doch! Ja, leck mich doch! Am Zückerli! Was hab ich dir gesagt? Serro! Serro! Ja, 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 ja! Drum! Das war's nicht! Leck mich doch! Am geilen Zückerli! Viel Spaß dir da draußen! Jo, 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 jo Oh Oh Ihr spiel ruhig geil Oh mein Gott! Alter, das ist geil Der Ball hätte dich fast selber getötet, ne, Mr.Sky Oh mein Gott Aber Stefan, das sah echt so aus, als hättest du den Bomben angewiesen Ja, ich weiß, das war ein ganz großes Durcheinander Ich weiß nicht, dass einer irgendwie Nein, schieß mich nicht, da schieß dich ihm nimmer anders an Ja Ich mein, das wär auch ne geile Situation gewesen für ne Dschihad-Bomb zum Beispiel, ne Aber für Thomas Ja, Mann, ich bin so dumm gewesen und hab mir vorher andere Sachen geklappt Du hättest auch Thomas Was war denn eigentlich mit den Wellen, woher kamen die denn? Ja, auch aus den Traitor-Falle, glaub ich Ich hab's geglaubt, dass es eine Resendanz mit den Viechertats aufgetaucht Hast du Echt die Äh, froh sein Ach, Mann Ich glaub, ich glaub ja, Stefan ist Traitor, weil sonst hätt er wieder rumgemeckert Ja, ich bin's auch diesmal wirklich Komm, Alter, erschieß mich doch, dann ist die Runde schneller vorbei Ja, geil Geil, das war jetzt wirklich Ach, Mann Komm, erschieß mich, komm, erschieß mich Ja, mach ich auch BAM BAM BAM, Junge Wo bist du? Nein, ich bin's aber wirklich nicht Ja, ja Ich bin mein Mr. Sky Hier, guck mal Dir setzt sich einen in den Kopf, Alter Mach, komm, komm, bitte Warte, warte Warte, warte kurz So, jetzt, bitte, komm Richte mich hin Mach es einfach, richte mich hin Hallo, ich bin Mike Ja Ja Alter Hä? Thomas Fuck, Mann Das ist einfach nicht wahr, Alter Was? Oh, fuck Wie das denn, hä? Ich wollte gerade weggehen Ich wollte gerade weggehen, weil ich dachte, so, so, Jihad-Bombe oder sowas 1, 2, 3 Ach, Thomas, Alter Mit was denn, hä? Mit was hast du uns getötet? Mit der Thomas Mit der Thomas Alle durch Komplett Echt, hä? Alle vier Hab ich gar nicht gehört, ey, aber geil Alter Lol, ey, ich Okay Richtig, ja, Thomas, einfach Echt, ne? So ein kleines Bär-Kind Richtig, ja, Thomas, ey Das ist aber wieder in 100 Jahren einmal Traitor und schon nutzt er das wieder eiskalt aus, ey, auf seine alten Tage, ey Limm, 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 limm Geh weg, Thomas Ich trau dir nicht Hallo Hallo Ich Hi Was denn, hallo? Alter, geh weg Hallo Ich bin der Shooter King Stefan ist es Ja, ich bin's für immer Ja Ich bin's ja jede Runde Ja, jede Runde Mann, ich bin hier raus Aus der Tür Ja, jeder Ich muss raus Ja, ich muss raus, ja, das sagt mein Obwohl's mir zu hell ist Mein brauner Freund nachher wieder Alter Ich muss raus Hallo, ich bin Mike Und ich muss raus Und ich muss raus Dumm Alter, was? Ich sag's ja! 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 Yes! Strike! Das hat sich angeboten Abundant Hospitall Abundant Hospitall, Leute Abundant Hospitall Ne, Ruftox Es ist zu spät Ah, Ruftox ist auch geil 최대超 Quatte bitte Ruftox Ja? Ja So Leute, vielen Dank, dass ich Sie mal wieder eingeschalten hab Bis zum nächsten Mal Mit den ganzen anderen Mongos Und äh, dann tschüs Tschüss! Tschüss!